Hallo, was war das? Was war das? Wo ist die? Furchtbar, was? Hallo, mein großer Babypub. Meine große Liebe. Danke für die Pfote. Hm, Kio, kommst du auch zu Mama? Kommst du auch zu Mama? Was willst du denn? Was willst du denn? Ein Pussy für die Mama? Ein Pussy für die Mama? Dankeschön, mein Herzig. Dankeschön, mein Herzig. Das sind die Einsatzkräfte. Rante Hütter untersuchen jetzt, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Fest steht, es ist in der Küche des Sohnes ausgebrochen. Hey. Gibt es mir da Pussy? Pussy. Ja, knurrt und knurrt, wäre mein Spiri. In der Nähe ist es gefällt, am Kuan nicht. Hör? Hör auf, schicke Puppi. Ach so, du möchtest schon Heidel? Ja. Hör auf, schicke Puppi. Du bist so ganz klein. Ach so, du möchtest schon Heidel? Ja, mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz. Mödi. Die Diarie. Du. Du bist froh, Edi. Du bist froh, Edi. Du bist froh, Edi. Festhalten, die Mama. Festhalten, die Mama. Seine Sklau und seine politische Putsche. Seine sexuellen Orientierung. Irgendwie alles so jetzt benachteiligt. So, geputzen muss man. Geputzen jetzt. Geputzen. 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 So.